er gestern hat und so aus den langen hoffentlich nicht hoffentlich nicht ja auch für logisch war übel gewesen da vor heimlich sind da denn die mögliche sind ich bin mir aufgeben Schäden und ich habe gerade 100 tisch verbraucht und paar woher doch hat nie die kläfte angerannt so noch schöne muni draußen aufheben dann jetzt einsteigen was ist denn der scheiß ne hier steig ein da man jetzt nicht falsch gefahren egal fahr ich eben hier ja von mir ist mich jetzt rechts ab das nicht mehr kann das kinder dann geht es nicht umsonstern so es gibt es da Scheiße, jetzt muss die Polizei da stehen. Nein, oh man. Na, jetzt muss sie das sehen, ne? Super. Hallo. Süßschlöf, süßschlöf. Ja, da trägt die Idee nicht in Lüften und hinten drauf schießen muss er schon vorne drauf. Motor. So, weil hinten bringst du es nicht wirklich. Ja, jetzt ist er vorne, das ist nicht gut. Ne, die Pulse sind immer noch hinter mir her, das ist auch nicht gut. Wo sind die? Oh, da. Ich will mich aufregen, die Tüten. Pa, warte, mit dem Pulse heißt es, was lecker ist, was lecker ist. Ach, Scheiße. Pulse wird fast weg, ah, schießt jeden tot. Ah, tot. Ich nervte mich wenigstens nicht mehr. Jo, und Pulse sind mir auch schon fast los. Pulse sind mir auch schon fast los. Okay. Pulse sind kommen, wir sind da. Schön. Ich will das, was wir jetzt machen. Alles sicher und sicher. Ein ganzes Schäuze. Ein ganzes Schäuze. Ein ganzes Schäuze. Ein ganzes Schäuze und Schäuze werden glücklich, wenn die Männer die die Leute wird behalten. Die ganze Stadt wird schwer. In ein paar Tage Zeit. Wer ist das? Das ist mein Mann, Nico. Er ist ein absoluter Schäuze. Ich kann es nicht ohne ihn tun. Nico! Komm her! Du arbeitest für diese Mick-Bastards? Fuckin' Ginny. Ich arbeitest für jemanden zu bezahlen. Ich könnte dir einen Telefon mal. Komm her, Packy. Hey! Ich kenne dich rein, Mann. Jo, Mission wieder gemacht. Ba-bam-ba-bam. Ich löse es jetzt gerade. Also, ein Spiel. Hm, 5 Uhr morgens. Ja, noch 3 Stunden. Das soll ich 3 Stunden lang machen. Ja. Boah, ja, sicherlich. Ach, wie cool. Bleib stehen, Mann. Ja, ey, wie blick, Mann, oder sein. Bah. Okay. Jetzt fahren wir... Ah, und, ja. Cool, warte mal. Moment. Ah, rechts in der Welt. Cool. Kann ich hinfahren. Überspringen und so. Malorie. Was will die jetzt wieder? Ah, okay. Hat's direkt aufgelegt. Ah, schön alle Waffen wegpacken. Damit die gleich nicht schreien wie... Keine Ahnung, was immer. Wie Heulsusen oder so. Oh, hier, ja. Die, du findest. Äh. Ja, ja, ja. Waren die, du kommst du reist. Was ist wenn ich das nicht mache und jetzt einfach weggehe? Ich werde jetzt einfach irgendwelche Waffen kaufen gehe. Ich gehe jetzt einfach irgendwelche Waffen kaufen. Das ist jetzt am Arsch, ne? Ja, sicher. Man gibt hier Waffen. Oh, nicht weit weg. Dann gehe ich mir ein paar Waffen holen. Boah, wie ich dir jetzt einfach verarsche. Die sagt so, komm, folgen Sie mir. Ich gehe einfach weg. Nein! Ne, ne? Ah, scheiße, ich drauf. Obwohl, zuerst hole ich mir Schutzwestern und so. War ich im Tod. Und, ma. Zwei Mitteilungen. Boah, übel, das ist ein Hammerwagen. Was denn? Zwei Mitteilungen, ja. Was geht denn da ab? Automatische Nachricht. Unsere Brüste seitdem nicht besetzt. Ihre Anfrage wird schnellstmöglich. Und was? Ja klar, zum zweiten Mal wieder verschissen. Die Mission. Na, cool, dass man andere mitgefahren. Boah, ich war noch Schutzwestern oder so. Ja. Häng dich auf. Hallo, Mann. Hallo. Was hast du so schönes? Und, ja. Sicher. Ja, töte mich noch. Ekelhaft, ey. Kommt hier nach rein und möchte töten. Oder es zu versuchen. Ja, ey, was? Ja, und, ey, was soll das? Ich wollte gerade eine andere Mission machen. Und schon kommt die nächste. Ich komme dann nie zu der Mission. Ja. Ich bin Baseballschläger. Wo? Wollen wir mal sehen. Hab ich schon was? Ach, bin ein Baseballschläger. Betracht die Waffe. Wow, 5 doller Baseballschläger. Dimitri. Ha, ha, ha. Okay, Nico. Ich dachte, ich schick dir dieses Bild. Sieht aus, als steckt dein Kostner ein bisschen in der Klemme. Dein Freund Dimitri. Boah. Übel. Was machen die mit dem? Was haben die gegen den? Ich hab eine andere Nachricht. Ja, boah. Ey, nee, ne? Ey, wie weit ist das denn wieder weg? Oh, man. Ich fahr mit dem Taxi hin, hab ich keinen Bock zu. Boah, die Karre ist zu geil, um einfach wegzustellen. Okay, dann fahr ich mal ausnahmsweise mal hin. Boah, echt, ey. Einmal die Mission verschissen schon, fängt die ganze Scheiße an. Schon die neue Mission, alles und zwar. Egal. Ja, dort mal wieder so übelst lange, wenn ich hinfahre. Ach, ich schnell jetzt einfach den Teil raus, wo ich hinfahre. Dann sehen wir uns gleich, bevor ich da bin. Und ja, geil. Ja, okay, bis gleich. Bis zum nächsten Mal.